Heute geht es um die CD von Mr. Me Nackt und wir ziehen jetzt die Gewinner. Ist das gut so? Okay. Okay, also wir ziehen wieder zwei Gewinner. Ich ziehe den ersten Gewinner, die erste Gewinnerin. Und gewonnen hat Charlotte Bayer. Hier nochmal als Beweis. Ich ziehe die zweite Person. Und gewonnen hat Julian HMP. Okay, wir blenden die Gewinner jetzt nochmal ein und ihr schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir senden euch dann die CD zu. Herzlichen Glückwunsch. Das war doch gar nicht so schlecht. Ja, Prost.